Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie-Botschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Wir wollen heute am Mittwoch mal gucken, wie so die Energien heute sind. Die letzten Tage waren sie ja irgendwie ein bisschen anstrengend, schwierig, zähflüssig und nervig. Und wir wollen mal gucken, ob hier heute sich, ja, ob sich das Rad wieder dreht sozusagen, ob es jetzt mal weitergehen darf. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, durch einen Erkenntnisprozess hindurch in neue Lebensfreude zu kommen. Ich empfinde das hier im Kollektiv so, dass das ein oder andere tiefliegende Thema jetzt aufgearbeitet werden darf. Und ich bin sehr stolz darauf, wenn ich merke, dass ich Teil dieses Entwicklungsprozesses sein darf. Also vielen Dank wirklich für diese wundervollen Kommentare, die mich hier erreichen. Viele auch bei Instagram. Ja, vielen Dank dafür. Ich bin wirklich berührt davon, dass ihr euch so gut aufgehoben fühlt. Seht ihr, jetzt fehlen mir schon die Worte. Mit Lob kann ich nämlich immer noch nicht so gut umgehen. Das ist eine Sache, die ich halt an mir bearbeite. Wir alle haben ja unser Päckchen zu tragen. Wir alle kommen aus unterschiedlichen, aber teilweise auch sehr verrückten Familienverhältnissen und sind jetzt dabei, hier Schritte zu unternehmen. Einfach in eine neue, große, wunderschöne Lebensphase zusammen mit Mutter Erde einzutauchen. Denn es geht voran. Es geht jetzt einfach weiter. Man merkt es, wenn man nach draußen guckt, sieht man es, das Leben nimmt wieder Fahrt auf. Und ich glaube, auch unser Leben nimmt eine ganz neue Fahrt auf, einen Richtungswechsel vor. Ich weiß es nicht. So, wir haben hier Geben und Empfangen und Reinigen und Entgiften. Jetzt mach mal ein bisschen Platz hier. So, Geben und Empfangen. Das gesamte Universum operiert in Zyklen ähnlich denen deines Ein- und Ausatmest. Wenn du immer nur ausatmest, also gibst oder immer nur einatmest, also empfängst, gerätst du aus dem Rhythmus mit dem Universum. Für optimale Gesundheit, Energie und Kraftgewinnung sorge in deinem Leben für ein kontinuierliches Gleichgewicht zwischen Einatmen und Ausatmen. Ja, Geben und Nehmen. Wie ich eben schon erläutert habe, ich gebe hier wahnsinnig gern und wenn ich dann Lob bekomme, fällt es mir schwer, das anzunehmen. Das wäre so ein Themenkomplex. Lustigerweise habe ich hier irgendwo einen Zettel. Ich gucke mal ganz kurz. Kleinen Moment, ich brauche zwei Sekunden. So, den nehme ich immer gerne als Beispiel, wie ein falsches Mindset uns linken kann. Selbst wenn wir auf dem spirituellen Weg sind, selbst wenn wir glauben, wir haben die Weisheit schon mit Löffeln gefressen, dann kann man nach Jahren feststellen, dass man doch nicht ganz so weit war, wie man vielleicht damals dachte. Passt auf. Das ist ein Notizzettel von mir, der ist schon ein bisschen ausgeblichen, weil er halt älter ist. Aber man sieht, dass ich unten noch einen Zusatz geschrieben habe. Da drauf steht, das Schönste, was ich im Leben tun kann, ist Liebe weiterzugeben. Steht hier so. Liebe weiterzugeben. Das hing jahrelang so an meinem Pinnbrett. Bis mir irgendwann mal aufgegangen ist, dass es vielleicht auch an der Zeit ist, mal Liebe zu empfangen. Weil wie will ich irgendetwas weitergeben, wenn ich es halt nie empfangen kann? Wenn ich mir nicht erlaube, es zu empfangen, sondern immer nur in einem Gebermodus bin. So, bis ich dann irgendwann erkannt habe, wo das herkam, hat es lange gedauert. Reinigen und Entgiften gehört dazu. Das war vor allen Dingen ein emotionaler Reinigungs- und Entgiftungsprozess und der ist ganz sicherlich noch nicht abgeschlossen. Diese Karte sagt aber Folgendes. Mit großer Liebe und Respekt bitten wir dich, deinen kostbaren und empfindsamen Körper zu entgiften. Auf deine Bitte hin werden wir dir sowohl helfen, lebenskraftfördernde Wege zu finden, mit Stress umzugehen, als auch jeglichen Kummer erleichtern, den du beim Ablegen deiner alten Gewohnheiten empfinden magst. Überlasse uns deine Sorgen, Ängste und Bedenken und bade im Gefühl der wunderbaren Anmut deines frisch gereinigten Körpers. Gut, das ist natürlich ein langer Prozess, aber Reinigen und Entgiften ist sowieso nie verkehrt. War das letzte Woche, als sie gerade überall verkündeten, dass jetzt plötzlich doch bekannt wurde, dass ganz viele Chemikalien tatsächlich schlecht für den menschlichen Körper seien, die in Pflegeprodukten und so drin sind? Na, wer hätte es gedacht? Vielleicht der Verschwörungstheoretiker, aber ich sage dazu mal nichts. Ich wollte es nur am Rande erwähnt haben. Gesundheitliche Ratschläge stehen mir nicht zu, also es steht mir nicht zu, gesundheitliche Ratschläge zu machen. Dementsprechend handelst du immer auf eigene Verantwortung, aber ich persönlich empfehle Algenprodukte, Spirulina und Chlorella zum Beispiel, einzunehmen oder auch Vitamin D zu sublimieren. Es gibt verschiedene Dinge, die du tun kannst, sei es nur ein Zeolit oder halt auch Heilerde. Irgendetwas wirst du schon finden, was deinen Körper reinigt und entgiftet. Flohsamenschalen könnten auch helfen, eine Darmsanierung, so etwas in die Richtung. Und dann kannst du natürlich auch deinen Haushalt wieder auffüllen, zum Beispiel mit Schüsselersalzen. Gut, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ich wollte es nur zu dieser Karte erwähnt haben und wie immer, mache nichts ohne Absprache mit einem Arzt oder Mediziner, ne? Du weißt schon. So, wir haben hier die Liebenden. Das fängt auch schon mal gut an. Die Liebenden. Das Rat des Schicksals. Jetzt sagte ich nicht ganz am Anfang, es darf hier irgendetwas Fahrt aufnehmen, in Bewegung kommen. Upp, na, ihr wollt alle fallen? Ja, dann nehmen wir euch doch so. Also. Wir haben noch die Mäßigkeit. Da drunter versteckt sich der Magier. Ich werde verrückt, was ist denn hier los? So, das Ritter der Schwerter, die Stärke wieder. Die hatten wir doch gerade vorgestern oder vor drei Tagen, die Stärke. Genau. Also erstmal lässt sich hier festhalten, dass wir 1, 2, 3, 4 große Arcana, 5 große Arcana-Karten haben. Dazu die 5 der Schwerter und den Ritter der Schwerter. Auf der Unterseite des Decks die drei Kelche, die wir hier auch schon mal hatten, gerade die letzten Tage. Ich glaube, du bist dir bewusst geworden oder irgendein Gedankenblitz ist dir reingekommen, der dir gesagt hat, es ist an der Zeit hier einen maßvolleren Umgang zu finden mit gewissen Menschen, mit gewissen Situationen oder mit der Zeit, die du diesen Menschen und Institutionen oder Angelegenheiten widmest. Ich hoffe sehr, dass du hier wieder Magier erkannt hast, dass du nicht immer nur geben und geben und geben kannst, dass du nicht immer nur zauberhaft sein kannst, ja, in alle Richtungen, nicht immer nur die Magie in den Alltag bringen kannst, sondern manchmal auch an einer Stelle bist, wo du sagen musst, hier, messerscharfe Gedanken sorgen dafür, dass ich weiß, was gut ist für mich und was nicht gut ist für mich. Die Temperance und das Geben und Empfangen sind beide so eine Sache, die sagen, es muss nicht immer im Gleichgewicht sein, also es muss hier nicht immer gerade gehalten werden, wie bei einer Waage. Die liebe Jonanda sagt doch immer, das Gleichgewicht ist in dem Moment akut bedroht, wenn es halt erreicht worden ist, weil ja genau in dem Moment, wo Stillstand herrscht, den wir ja die letzten Tage gemerkt haben, kannst du halt durch eine Bewegung entweder die eine Seite hochheben oder die andere Seite hochheben. Und dann gerät das Ganze wieder ins Wanken. Deswegen mag ich die Karte der Mäßigkeit hier auch sehr gerne, weil es nämlich um einen fließenden Übergang geht. Hier findet man das richtige Maß, hier fließt die Gefühle, das Wasser fließt von einem Gefäß ins andere und man findet hier einen positiven Pegel sozusagen. Das Wasser strebt ja immer danach, genau diese Waage einzuhalten, deswegen gibt es ja auch Wasserwaagen. Das Einzige, was hier auf unserer Erde so sicher ist, dass es immer glatt ist, ist halt Flüssigkeit. Also die bäumt sich nicht auf, wenn ich jetzt hier meinen Kaffee hinstelle, dann ist der halt gerade. Dann zieht der hier nicht so eine Kurve oder ist irgendwie konisch geformt oder irgendwas, sondern er ist glatt. Und das Wasser, die Gefühle, die Emotionen streben eigentlich nach Ruhe und Frieden und wollen nicht ständig Achterbahn fahren. Aber es ist notwendig, halt den einen oder anderen Hügel zu überwinden oder zu umschiffen oder durchzuspülen, wie auch immer, um diese Ebene, dieses Gleichgewicht halt herzustellen. Ich weiß gerade nicht genau, es gibt dafür auch einen Fachausdruck, wie das heißt, wenn das Wasser, also diesen Ausgleich, den das Wasser schafft. In Zellen zum Beispiel heißt es doch, glaube ich, osmotischer Druck, wenn es so durch die Zellwände durch, sich durchpresst, um den Salzgehalt in den Zellen zu regulieren. Und ich glaube, hier wird gerade dir bewusst werden, dass es wirklich tiefgreifende emotionaler Veränderungen bedarf, um hier eine neue Sichtweise auf Geselligkeit mit Menschen, aber auch auf Liebesverbindungen zu erhalten. Also eventuell erkennst du, dass viele deiner ehemaligen Verbindungen vielleicht auch die Art und Weise, wie du Familie lebst oder wie du mit dir selbst umgehst, einfach wirklich Kindheitsprägungen sind. Ganz gleich, ob du jetzt 25, 45 oder 65 bist, das ist ganz egal. Wir alle tragen Muster und Schemata mit uns herum, die uns einfach von unseren Ahnen auferlegt worden sind. Ob das uns jetzt gefällt oder nicht und ob wir uns mit ihnen identifizieren wollen oder nicht oder ob sie noch leben oder halt nicht, das ist völlig egal. Wir schleppen da gewisse geistige Strukturen mit uns herum. Und ich glaube, dass du hier eine, also erst hast du diesen Geistesblitz hier mit dem Ritter der Schwerter, der sagt, hey, wir müssen hier wirklich ein gutes Maß finden, um jetzt diese Sache abzuschließen oder zu verändern. Ja, wir brauchen hier keinen Stillstand, sondern wir müssen jetzt uns mutig in die eine oder andere Waagschale werfen und gucken, was passiert, damit hier alles wieder so in Bewegung kommt. Und du wirst hier mit den fünf Schwertern höchstwahrscheinlich Gedankenkonstrukte hinter dir lassen und in deine eigene Stärke finden, weil sobald du merkst, wie viel Stärke du eigentlich in deinem Inneren trägst, dass du selber aus dir heraus leben darfst, ja, dass du gut bist, so wie du bist, dass du nicht die Anforderungen oder Erwartungen von anderen Menschen erfüllen musst oder immer noch erfüllen musst, dann wird sich dieses gedankliche Gefängnis einfach auch auflösen können. Manchmal glauben wir, wie ich anfangs sagte, dass wir schon super weit gekommen sind, dass wir schon richtig weit sind in unserer Entwicklung, aber manchmal ist das genau der Punkt, wo man in einer Licht- und Liebe-Sackgasse feststeckt, wo man denkt, dass sich jetzt alle Probleme vielleicht lösen werden, weil man angefangen hat, jetzt Algen zu essen oder Affirmationen aufzusagen oder irgendetwas, so Kleinigkeiten sozusagen, so Nebensächlichkeiten jetzt verbessert hat, glaubt man, dass das große Problem damit überwunden sei. Das ist aber wie eine oberflächliche Schönheitskorrektur oder es ist ein guter Schritt. Also ich möchte jetzt nicht kleine Schritte und kleine Erfolge schlecht reden, darum geht es mir gerade gar nicht. Wir alle müssen irgendwo anfangen, das kann bei jedem etwas anderes sein. Das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Ich wollte nur gesagt haben, dass du kannst so lange Yoga machen, wie du willst und positive Affirmationen aufsagen, wie du willst und für alle Leute da sein und freundlich sein und so. Solange du dich in deinem Inneren wie scheiße fühlst, solange du dich selber bestrafst, solange du dich selber immer wieder fertig machst, im Inneren für irgendwas, das können ganz unterschiedliche Baustellen bei jedem Einzelnen sein, solange du weiterhin in dir drinnen einen Keimherd hast oder eine Entzündung hast, die immer wieder von innen dich vergiftet, so eine schleichende Vergiftung, die dir immer ins Ohr flüstert, ich bin nicht gut genug oder du bist nicht gut genug, du kannst das eh nicht, du verdienst keine Liebe, niemand mag dich, wir alle haben sowas. Solange das da ist und präsent ist im Alltag oder solange du dich dem hingibst immer und immer wieder, wird es im Außen nicht besser werden. Irgendwann muss so ein Punkt gekommen sein, wo du sagst, okay, trotz dieser inneren Zweifel, trotz dieser inneren Unsicherheiten oder trotz dieses inneren Kritikers bewege ich mich jetzt weiter. Ja, ich bin klug und stark und weiß, dass ich mein Leben hier noch zum Positiven ändern darf. Vielleicht schmeißt du den ein oder anderen Menschen aus deinem Leben raus hier, weil du Erkenntnisse hast auf der geistigen Ebene, die dir sagt, okay, immer wenn ich den Menschen treffe, bin ich hinterher total ausgelaugt, verunsichert und weiß auch nicht weiter. Oder immer wenn ich mich mit diesem Freund treffen möchte oder mit dieser Freundin, da muss ich immer so eine ungesunde Version von mir sein. Oder da muss ich immer mich so und so verhalten, damit dieses Treffen überhaupt funktioniert. Vielleicht limitierst du dich hier zugunsten anderer Leute ständig selber, weil du Angst hast, nicht liebenswert zu sein, so wie du wirklich bist. Und das führt natürlich dazu, dass du innerlich immer mehr zusammenschrumpfst, wie so eine Rosine. Und das ist nicht schön. Du sollst dir dein Herz öffnen und du sollst vor allen Dingen lernen, zu geben und zu empfangen. Ja, mal bekommst du halt positives Feedback und mal bekommst du auch Kritik. Mal gibst du positives Feedback und mal kritisierst du auch jemanden. Weil es ist doch viel besser, wenn man Menschen im Leben hat, auch Freunde im Leben hat, die dir ehrlich ins Gesicht sagen, was sie bei dir irgendwie auch mal scheiße finden. Dann hast du die Möglichkeit, an dir zu arbeiten, als dann irgendwie hinter deinem Rücken über dich zu tratschen. Oder halt die sich dann auch immer verstellen müssen, um mit dir zusammen zu sein. Ich bin ja an dieser Stelle tatsächlich dafür, mal zu schauen, ob du vielleicht in Bezug auf die Liebe dich leicht in toxische Menschen verliebst, von denen du dich jetzt entgiften könntest, weil sie dich einfach energetisch aussaugen. Ja, es ist schön, Beachtung zu finden. Ja, es ist schön, beschäftigt zu sein. Aber es ist eher ungeil, ständig negative Emotionen vermittelt zu bekommen, ständig niedergemacht zu werden und dann ständig an sich selbst zu zweifeln. Es ist an der Zeit zu gucken, wo du in deinem ganzen Leben vielleicht mal den Hebel ansetzen solltest. Vielleicht ist es auch an der Zeit, sich einmal eine Weile zurückzuziehen, umzusortieren. Vielleicht meldest du dich auch einfach mal eine Weile bei Menschen nicht. Wenn du diejenige oder derjenige bist, der immer den ersten Schritt macht und sagt, hey, hast du Zeit nächste Woche oder wollen wir da und da hingehen? Wenn du immer der Vorschläger bist, immer der, der Treffen initiiert, um eine Beziehung am Laufen zu halten, dann schau doch mal, was passiert, wenn du dich einfach mal nicht meldest. Also so gar nicht. Und das meine ich auch nicht böse, sondern du sollst jetzt auch nicht so gehässig sein oder wie Narzissten es gerne tun, andere mit deinem Schweigen bestrafen. Aber es geht darum, dich mal nicht als erstes zu melden und mal zu gucken, was du denn auch empfängst. Ja, so jetzt mal im digitalen Zeitalter gesprochen, wenn du ständig rausfungst und Nachrichten sendest und immer am Start bist sozusagen, hast du ja gar nicht die Möglichkeit, auch mal als erstes angeschrieben zu werden. Also geh mal in den Empfangsmodus, fließe mal vor dich hin und schau, welche Energien vom Außen sich wirklich auch kontaktieren. Wenn du es natürlich dann mit so einer narzisstischen Schmeißfliege zu tun hast, die dich irgendwie lovebombt, die dich ständig Nachrichten schickt, die übermäßig viel Interesse heuchelt, dann fall da natürlich nicht sofort drauf rein, nur weil dir langweilig ist. Passe mal gut auf dich auf. Aber die Karte vom Mittwoch sagt, ziehe Bilanz und sei ganz realistisch. Es geht darum, jetzt wirklich mal zu gucken, wer sind meine wahren Freunde, wer hat wirklich Interesse an mir, an mir als Mensch, nicht an mir als Partymitbringsel, nicht an mir als Hilfskraft, nicht an mir als Jammerkasten, sondern wer hat denn auch wirklich Interesse daran, zu wissen, wie es mir geht mit meinen Sachen, mit meinem Leben. Und da darfst du mal genauer hinschauen. Wer hält dir wirklich den Rücken frei? Wer ist wirklich loyal? Und mit wem möchtest du denn auch diese großen, wunderbaren, schicksalshaften Veränderungen auf der Erde noch erleben? Mit wem möchtest du denn eine positive Zukunft gestalten? Mit wem kannst du es dir denn wirklich vorstellen, wenn du realistisch Bilanz ziehst? Das ist heute die Aufgabe. Damit belasse ich es jetzt auch. Vielen Dank für euer Hiersein und bei mir sein. Und es gibt nachher natürlich noch eine Herzensmenschlegung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Wenn du noch mehr Liebesorakel gucken möchtest, dann kannst du das auf meinem Zweitkanal tun. Den findest du in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Dort gibt es immer am Dienstag und am Donnerstag eine R-und-Du-Legung zusätzlich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von diesem Kanal noch rüberhüpfen würde. Genau. Wenn du keinen Bock darauf hast, dann lass es halt. Dann sehen wir uns gerne hier morgen früh wieder, wenn du magst. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.